So, weiter geht's. Schauen wir mal, was uns erwartet. Oh, oh, oh. Forschungshalle. Okay, Forschungshalle. Was bist du? Oh. Boah, ein Blutsteinbrocken sogar. Weiß es nicht, dass ich eine Waffe jetzt auf... Achso, ne. Okay. Ah, nicht ganz. Da hinten ist nochmal so ein Typ. Dann laufen wir da zuerst hin. Weil die verschwinden sonst und dann ist das Item weg. Oh, okay. Da wird mal wahnsinnig da unten. Ist nicht so gut. Und was bist du? Kann ich mit dir sprechen? Ah. Sorry, Bro. Okay, ich würde dir jetzt gerne helfen, Junge. Aber ich habe leider auch keine Augen. Oder habe ich Augen? Ich habe keine Augen, oder? So, was machen wir zuerst? Streppe hoch oder Tür da hinten? Ich glaube, wir gehen zuerst schon in die Tür. Oh, das sind mehrere Türen. Da fangen wir mit der Tür an, oder? Okay. So viel dazu. Wow. Sehr passend. Muss oben gewesen sein. Ja, dann gucken wir in diese Tür. Gesperrt. Ja, gut. Das heißt, die Frage hat sich geübrigt. Wir müssen nach oben. Ich glaube, hier wird wieder fleißig Wahnsinn verteilt. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ist ja spannend. Also, die Gegner sind jetzt hier nicht das große Problem. Ich bin da wieder ein bisschen verwirrt von dem ganzen Areal hier. Ich kann hier aus... Ich kann hier aus... Ich kann hier aus... Ich kann hier aus... Hey, Leute. So, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie soll ich denn hier hinkommen. Ich würde gerne da. Er sieht bestimmt was Geiles. Wetten? Wollen wir nicht eskalieren, Junge? Schön mal. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Noch nicht. Ich werde es rausfinden, hoffentlich. Ey, wie war das, ey? Ein bisschen scary ist es schon hier. Scheiße, Mann. Wow, der schmeißt hier mit Zeug. Wow. Das war jetzt... Scheiße, kommen da viele, Mann. Der ist ein bisschen unterschätzt, ey. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Scheiße. Ja, egal, machen wir es halt nochmal. Ist doch nicht so. Wären wir zum Spaß hier, ja. Müssen wir schön aufs Maul jetzt. Das ist ähnlich zu dem, ähm, wie im Hauptspiel, zu dem, äh, wo war das, Studentengebäude oder wie hieß das? Oder die komischen, ähm, Affen da auf, äh, mit den langen Armen waren. Die sind auch nicht so, äh, kritisch, ja. Aber da kommen dann irgendwann so viel, dass man da echt, äh, Probleme kriegt mit denen. Ich denke, es wird hier ähnlich sein. Eigentlich müsste ich zuerst den Typen finden, der da mit dem Scheiß wirft. Das ist ja auch so, äh, mit dem Kopf durch die Wand, äh. Oh, Junge. so da hinten war ja dann ja müsste der gewesen sein oder Übungsmittel kommen hier dann drei auf einmal wie kann man sich denn so dumm anstellen ich meine es ist ja gott aber ich nehme es einfach mal einfach zum spaß mal die andere Treppe und schauen was da oben los ist ja 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 okay fällt mir gerade nichts ein dazu ich nehme aber nochmal die Treppe weil da oben glaube ich ging es nicht weiter vielleicht liegt da einfach irgendwas rum oder so was hieß ich vergesse auch immer meine Blood Egos zu holen die sind alle weg jetzt inzwischen ist irgendwie uncool aber ist halt so ja guck mal was da steht das gebiet gefällt mir immer weniger es ist irgendwie ich habe ja 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 ich habe ja ja ich habe ja ich habe doch mal ich habe ja ich habe ja wie kann er denn er ist egal auf jeden fall ist hier eine Tür die geht sogar mal auf ausnahmsweise ja das sieht auch nicht gerade glücklich aus scheint hier nicht weiter zu gehen hier oben oder übersehe ich irgendwas im Hebel was passiert jetzt und wo passiert was die Tür offen hier gibt es einen Aufzug jetzt bin ich wieder irgendwas irgendwo sehr gerne meine hübsche ich brauche Hirnflüssigkeit okay trübel zähl Hirnflüssigkeit bitte ja wenn ich was finde dann komm ich bei dir vorbei erst dachte ich mir dass es die Tür hier ist ja okay läuft ja das heißt wir können uns jetzt wieder mit den Affen da oben anlegen wo ist eigentlich hier der andere ja der wird schon irgendwo rumstehen der kommt dann wenn ich am wenigsten brauche so wie immer da läuft doch irgendwas okay keine ahnung er stampft hier so rum aber auch bin ich ganz nervös so ja 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 hey ja was zum Teufel mache ich hier eigentlich Mensch Dammt ey der verarscht hier eigentlich wen der verarscht hier eigentlich wen echt mal man ey what the fuck ich werde hier langsam sauer ich werde hier langsam sauer der 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 Gott der Scheiße! Gott der Scheiße! So, ich lass ihn jetzt einfach mal stehen. Ich hab Angst. Ich hab langsam echt Angst vor denen. Oder? Was ist denn da hinten, ey? Haben die alle so Augen? Ist mir das bisher noch nicht aufgefallen? Ja, ich hab echt schon ein bisschen Angst, dass ich schon wieder verrecke. Ich geh erst mal weiter. Guck mal, er hat sogar eine Waffe in der Hand. Er ist ja total der krasse Typ, Mann. Ein hart am Eskalieren, ja. What the fuck? Okay, und dann kann man auch nicht unter Becken. Ey, Scheiße, Mann! Ey, Scheiße, Mann! Jetzt unten weiter eskalieren, Mann! Was ist mit dem kaputt, Junge? Boah, ist nicht starker Feind, okay. Wow! Wow, wow! Wow! Komm da wieder hoch, hä? Dachte ich mir, dass du nochmal kommst. Ja, ich dachte aber schon, ich glaub mit dem starken Feind meinen wir den hier oben, oder? Mal gucken, was hier unten ist. Töte mich. Töte mich. Könnt ihr mal. Gerne. Oh, bitte. Helft mir, wenn ich entschuldige sein. Aber ich werde es nicht noch einmal tun. Versprochen. Die feuchtet Dunkelheit. Die macht mir Angst. Und was ich aus ihren Tiefen erhebe. Was? 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 Ja, zum Teufel ist eigentlich Maria, Mann. Nehmt meine Hand. Helft mir. Lass mich nicht ertrinken. Oh, ey, hier ist es ganz schön scary, Mann. Oh, veröte Wilde. Okay. 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 Gibt's ne Tür? Wie ist denn jetzt? Ach so, ich hätt... Oh. Mua. Okay. Ja, egal. Läuft. Haben wir das auch nicht? Vorher direkt. Tür ist offen. Gehen wir wieder hoch. Und wir schauen mal die Treppen weiter. Er hat immer noch so'n... Ding hier in der Hand, ey. Ich bin jetzt noch eins weiter oben. Da steht ein Jäger rum. Ist auch ziemlich uncool. Boah, Alter. Ey, das Gebiet des... Boah, krass. Ist irgendwie heftig, Mann. Oh, Mann. Der Aufwand für ein paar Kugeln, ja? Oh, Mann. WTF? Ja, scheiße, Mann. Wie... Ist das dein Ernst, Opa? Okay. Na, ich würde sagen, jetzt probieren wir einfach, oder? Ja. Geil. Geil. Okay, Mädels. Ich mach hier nen Cut und dann... Sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich.